Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 im Singleplayer-Modus. Wir sind momentan mit Michael unterwegs. Wir haben Michael-Missionen, oder zumindest eine Hauptmission. Und der werde ich mich natürlich jetzt ausschließlich der zuwenden. Was ist denn bei Michael zu Hause? Nein, GEMA, nein, nein, nein. Ich mag die GEMA nicht. Man wird echt geplagt von dem Dreck zu eilen. Ähm, einmal nach rechts, ja. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, was uns bei Michael erwartet. Wir hatten jetzt in der letzten Mission, diese in Anführungszeichen Haste-Mission, wo wir so ein Indoor aus dem FIB-Büro rauskaufen mussten. Mit Motherfucker. Fuck, geil. Mit Michael, Franklin und Talbot. Oh, jetzt mal schauen, was Michael hier hat. Ich würde sagen, irgendwas haben wir hier nicht alles, weil es halt auch bei ihm zu Hause ist. Ich bin gespannt. Wie? Du, 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 du. Ey. Können alle nicht fahren hier. Soll ich jetzt luschen? No, scheiße. Oh, shit. Ob ich überhaupt lebend ankomme, ist natürlich die andere Frage. Aber falls. Und die Chancen sind nicht groß, aber falls ich lebend ankomme. Dann machen wir eine Mission. Ja, ich bin da. Hey, ich hab's geschafft. Wunderbar. Hereinspaziert in die gute Stube. Yoga beruhigt. Ah, dürfen wir jetzt Yoga machen? Das ist ein Tage vergangen. Was ist mit dir in meinem Haus? You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still, that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes, she's very centered. A regular oasis of peace and tranquility, this one. A girl with anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You two, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, please. No. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Miguel. Now, here is good. We have the sun and the moribunda. The asol. Now we begin to put the asol to the earth. Yes? We begin each sequence. Katasana. Yes. It is perfect. Now, Miguel. I don't know about this. In and out with the breath, Miguel. Und ausatmen. And out with the mouth. And out with the mouth. Strength, Miguel. In the nose. Out with the mouth. And out with the mouth. Let it out, baby. It moves. Amazing. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Sometimes, when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Oh, wow. You feel that? The emotion inside? Let it go. Oh, shit. Oh, shit. Michael, join us. Immer gerne doch. I feel like I'm channeling bullshit right now. Breathe again. Und ausatmen. Ah. There. Scheiße. There it is. Ein. And out with the mouth. There. Let it go. And out with the mouth. You can breathe, can't you? And out with the mouth. Let it go. Later you can show a stripper, how flexible you are. Come on. Come, Mikey boy. Ein. The silly man forgets to breathe. And out with the mouth. Let it out. You're turning red. I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children. Do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. Hmm. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. 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 Feel the flow. Everything is flowing in me. Geil. Wollte schon immer machen. Ein Video spielen. Natürlich. Auch in echt. Wobei in echt könnte das ganz cool sein. Ich hoffe, es gibt Zeit für Yoga, um dich zu retten. Breathing ist almost die wichtigste Sache, nicht wahr? Ich habe Hunger. Hat es denn echt? Schau mal auf die Konzentration auf seinem Gesicht. Es ist wie ein Gorilla mit einem Telefon. Breathing, bitte, Michael. Wie immer. Wenn es zu viel ist, geh in die Kindes-Pose. Ein. Und ausatmen, Michael. Just exhale, Michael. Fabians body with your bank account would be the perfect man. Take in the air and release it. We might be about to witness the first yoga induced heart attack. Breathing is almost the most important thing. Sie labern seine Scheiße. Alter, nein. Breathe, please, Michael. Komm, schau's du. Sehr gut, jetzt lass es gehen. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We're nearly there, Michael. Come on. Ich fang eigentlich wieder von ganz vorne an, oder? Doch, ich fang wieder von vorne an. Komm, komm, leg mir doch mehr an. If you'd found yoga before, you wouldn't have been that way with coach. Take in the air and release it. Outthroughs am aus. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich würde lautlos lachen. Alter, nein. Natürlich. Das ist nicht so schlimm. Gleich haben wir es. Und wieder aus. Wenn wir uns treffen, er war eigentlich limber. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, Mikey boy. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Okay, then have some Burgershot. A bit of a courier-dienst. Coutier-dienst, not a courier-dienst. Coutier-dienst here. Yeah, nice to see the kids are still hanging out at the burger joints. Me and the guys, we'd go down to the diner after class every day. You know, get milkshakes, fries... Ew, please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No. You're trying to take me on some nostalgia trip. Come on! You're such a cliché. Oh, says the dope-smoking, game-playing, live-at-home world owes him a living millennial. I knew it! I knew it! The mask was gonna slip! The monster's been exposed! What the hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look. You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. Oh, that's good. Yo, brother man. What's up? What's up, man? Good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right! Mr. DeSanto! Yeah, you're the kid selling Jimmy Pot by the pound? Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you didn't get that other thing? Oh, yeah, 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 yeah. Come on, man. What the fuck, Jimmy? Just hold on a second. Oh, all right. All right, later on. Be careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. All right, then. Now what? Can we just get back to the house, please? I'll go back to Michaels' house. Yeah, I'm here. So, want a drink? I'm driving. Because normally you're such a between the white lines, friend to the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Oh, wow. Okay. Your turn. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? Oh, wow. I've started to feel a little bit. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Your turn. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? Oh, wow. I've got to stop. Oh, who's in there? It's harmless. Vets have been using it for decades. What? You anesthetize me? You're fucking shit. From yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. What? You're too crazy, dad. You hear me? Oh, man. Wie asozial ist das denn? Dann schön auf der Straße liegen lassen. Unden schön schön. Ja, ich schade aus. Ja woman, ich schade dazu schön. Gaucher je? Bum! Was geht denn da bitte an? Sensor, willkommen. Was geht denn da? Schön hier. Ups, ich bin wohl gegen eine Ampel geflogen. Bin ich jetzt tot? Bitte sag mir, bin ich tot? Ich will nicht tot sein. Es ist noch zu früh. Es ist noch... Okay. Wir wachen auf. Nackt. Naja, fast. Nicht ganz. Und ein bisschen noch auf dem Zeug. Ah, da hat es ein Fahrrad. Das ist gut. Wir wurden wohl ausgeraubt. Zweite Ecke von L.A. Ecke von Los Santos. Verstaunlich. Komm schon. Hey, 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 hey. Das geht ihm wohl nicht ganz so blendend. Und... Oh, Mann. Aber, Michael. Jimmy, dieses Rindvieh, ey. Okay, wir sind da. Wir müssen wohl ins Haus. Und zwar wahrscheinlich zu Jimmy. Nein, doch nicht. Oh, ein Zettel. Michael, I think you've finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend. And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Guy. Fuck. Na toll. Wobei, eigentlich so schlimm ist es ja nicht. Die haben mich ja eh alle drei aufgeregt. Endlich sind sie aus dem Haus. Juhi. 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 Gute Inszenierung, aber. Aber speichern natürlich. Jimmy hat uns 2.000 Dollar geklaut von der Bank. Na das ist ja mal ne Sache. Ich bin ja fast begeistert. Fast begeistert. Fast. Ganz. Ganz knapp. Fast. Ich hab mich doch am Arsch. Ich hab keine Coverpubs. Kann mich nicht neben dem Umzug auch noch damit umstangen. Als hab ich deine genommen. Natürlich. Natürlich. Herr Prinz ist zurück. Super. Da was geregelt ist. Ich glaub ich werd den. Ne? Kopfkürze machen kann. Ist alles geregelt. Ah. Das ist keine Arsch. So. Ein blöder Dix. 2.000 Dollar. Caller weg. Familie weg. Das ist die heißeste gute Nachricht. Steve ruft an. Ich glaub das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Bis dahin. Ciao. Ciao. .